Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles darum, beziehungsweise einen kleinen Tipp gibt es heute zum Thema Mythic Plus. Und zwar, wie ihr eure Ausbeute an Tapferkeitspunkten erheblich verbessern könnt. Dafür müsst ihr nicht mal sonderlich viel tun, sondern erstmal Mythic Plus gehen. Wer hätte es gedacht? Dazu dann, pro abgeschlossenen Dungeon ist es ja so, dass ihr 135 Punkte bekommt. Aber, und das ist neu seit Patch 9.1, es gibt zusätzliche Bonuspunkte. Und die bekommt ihr, da seht ihr unten im Chat, 65 Stück. Erhaltet Bonus-Tapferkeitspunkte, wenn ein beliebiger Spielercharakter in eurer Gruppe seine Wertung für Mythic Plus erhöht. Heißt letzten Endes, es geht um eben jenen Score hier. Es ist vollkommen egal. Wenn ihr euch in einem Dungeon hier von 158 auf 159 verbessert, bekommt ihr für diese Instanz Bonus-Punkte. Easy as that. Ihr müsst also letzten Endes nur sicherstellen, wenn es euch erstmal nur darum geht, Tapferkeitspunkte zu farmen. Gibt es zum Beispiel eine Instanz, die ihr vorher noch nicht gemacht habt? Beispiel. Dann werdet ihr nämlich auf jeden Fall einen neuen Rekord aufstellen und dementsprechend Bonuspunkte bekommen. Oder ihr fangt da an und geht in einen Key rein, wo euer zuvor abgeschlossener Dungeon relativ low war. Dann macht das und es wird euch verbessern. Oder achtet dabei, wenn ihr beispielsweise Gruppen mitnehmt. Ihr seht zum Beispiel übers Tool, wenn sich Leute bei euch bewerben, was für einen Score sie auf diesem Dungeon haben. Ihr könnt euch sicher sein, wenn der Score low ist und ihr in hohen Key läuft, werden sich die Leute verbessern. Also werdet ihr Bonus-Tapferkeitspunkte kriegen. Und so könnt ihr dann eigentlich schon gezielt danach suchen, wen ihr in eurer Gruppe mitnehmt, wie ihr laufen werdet. Und alles darauf ausrichten, dass ihr eben jene Bonuspunkte bekommt. Und dann gibt es eben pro Run satte 200 Punkte und ihr erspart euch echt einiges an Arbeit und kommt auch relativ schnell ans Cap. Also, falls ihr das noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ich euch mit dem Video geholfen habe, lasst gerne ein Like und ein Abo. Da aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Und damit bis zum nächsten Video. Habt noch eine gute Zeit. Reingehauen. 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 Reingehauen.